die können wir jetzt schön von hier hinten beschießen und dann haben die auch keine chance kommen wir da nicht auch irgendwie jetzt darüber bestimmt ist halt echt noch die frage ob wir die titan mittlerweile besiegen können nicht dass man jetzt großen größen waren sie nicht wird und er geht mal da rein bei den titanen wir ziehen zu einem anderen balkon ja nice nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht da muss ich jetzt noch mal hier rein wie viele hier auch schon wieder sind da ist eine scheiße meine eile die eile ist ausgelaufen das ist jetzt gar nicht so toll so ich dürfte jetzt gerne umhauen alter jetzt brauchen wir richtig lange wenn die erschöpft sind weil wir kaum noch schaden machen die machen kann auch kaum schaden an uns der hüter darf man muss man sich auch merken nie den kopf abschlagen war glaube ich bei der hydra das ist jetzt wieder locker passiert weil ja halt alle erschöpft sind hier können ja mal so ein bisschen zurück ins lager rennen gehen aber da wird ja auch noch irgendwie sind ja noch welche hinter uns sind bestimmt hydras oder soll mich das jetzt beeindrucken komm leg dich hin kann es doch gar nicht so lange überlebt was sind hinter uns hydras oder magier damen die kriegen uns gar nicht da und weil wir wegen der regeneration so jetzt bist du doch hier irgendwo mal ist kurz grün sein dass wir da rasten können oder nicht nein 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 sind wir gleich ganz an der wand und hier ist das auch doch hier ist grün nice sind wir doch wieder top top drauf gut sie ist ein bisschen irrsinnig aber hey das war sich auch schon vor aber unter uns ne das bleibt unter uns das hat eine rüstung klasse sogar noch die den kriegst du ob du willst oder nicht alter haben wir jetzt ein volles inventar okay sie muss jetzt mal komplett die was wieder erneuern ist nix du kannst zumindest hier den rein machen du kannst uns gar nichts rein machen außer das magische auge vielleicht wo ich sogar glaube dass das auch mitgebracht wird aber egal der dauert damit am längsten bis das bis ich dann wieder was neues zaubern kann kann ich an der zeit schon mal wieder zurückgehen praktisch schutz ist nicht wir müssen jetzt noch den rein machen und jetzt eigentlich nur noch magie schutz und bewahrung wachung 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 war das wo ist er da bewahrung schön 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 und der musste noch auf alle regeneration wieder aufmachen er hält auch mittlerweile neun stunden das ist sehr nice wir speichern und jetzt können wir komplett durchstarten und die statue haben wir jetzt schon warum sind jetzt gleich wieder so viele hier aber sie ist ja wie schnell die umfallen wir haben keinen platz mehr ich wäre dafür dass wir jetzt noch mal zurück in die stadt teleportieren alles leer machen und dann wiederkommen das machen wir stadtportal hier bitte einmal hin obwohl will ich hier verkaufen können wir eigentlich auch naja ich habe ja bock zu verkaufen machen das ganz entspannt hier mag ich es am liebsten schon übersichtlich scheiße ich habe noch den feuerring aktiv das wollte ich jetzt nicht da ist der vogel auch noch auf mich triggert weiß noch am anfang hat sich für den roten vogel halt richtig lange gebraucht habe mittlerweile selbstläufer ich weiß nicht was das ist die brauche ich nicht ich gar nichts gar nichts danke wem soll das denn nützen keinen platz mehr guten tag und dann den weg den weg den weg den muss ich noch entdecken was das ist so das kann ja auch mittlerweile alles kann alles erkennen keine ahnung keine ahnung ich habe keinen platz ganz nett aber unnütz kein platz mehr ich habe keinen platz guten tag scheiße du hast jetzt sind wir halt wirklich mit 3.000 300.000 da nichts zu kaufen außer alles zu verkaufen auch alles in die zwei weg weg den hat er noch nicht erkannt ganz nett ganz nett aber unnütz wer weg könnten wir noch mal versuchen ähm schönen zauber rauf zu packen ach ich kann auch nicht alles ach ich kann auch nicht alles wem soll das denn nützen ach weg 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 äh das amulett nicht weiß ich nicht da passt nichts mehr rein ganz nett aber wem soll das denn nützen kein platz mehr kenn ich nicht kenn ich nicht ich habe keinen platz wem soll das denn nützen weiß ich nicht ich habe keinen platz ganz nett aber unnütz oh was ist da drauf entschärfen mhm kenn ich nicht wem soll das denn nützen zauberpunkte plus 2 den kriegt sie doch durch irgendwas effekte aller seelenzauber ne 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 zauberpunkte trefferpunkte rüstungsklasse charme äh rüstungsklasse kriegst du dafür die rüstungsklasse einfach ob kenn ich nicht da passt nichts mehr rein wem soll das denn nützen gut dann hier wieder verkaufen da passt nichts mehr rein hat er noch nicht erkannt wem soll das denn nützen das ist schon die auch die auch jetzt verzauberung fünf stärke war das doch irgendwas fünf stärke und ausdauer aber nice das sind die ausdauer die glaube ich noch fehlen mhm so inventar hier sieht das wieder gut aus glück plus 10 schön schön bop 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 kann dann auch weg äh verzauberung da nochmal was ah geht kaputt müsste aber jetzt die letzte ladung einmal sein von denen können wir aber auch mal ein paar verkaufen oder schwarms können wir verkaufen lichts mhm feuer 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 davon drei haben oder so das langt da locker mhm mhm was sagt eigentlich der kalender wir haben jetzt oktober nice müssen wir dran denken weil jetzt sollten die nämlich punkte geben ja guten tag darf ich helfen ja darfst du und zwar musst du das jetzt mal alles nehmen hier pf dann hier alles verkaufen danke bis dann und dann müssen wir noch zu dem zauberladen da hinten die rüstung die 600 bin ich auch drauf geschissen kann ich euch helfen wie muss noch verkauft werden aber ich will auch noch mal schauen ob wir jetzt hier den irrsinn zauber äh holen können das ist ja geist willkommen in der gilde des geistes telepathie beserker geistes scham dämung heilen nerven schock geistesresistenz ne gibt's hier jetzt leider nicht mhm dann lassen wir uns mal woanders hinbringen weil vielleicht gibt's ihn ja hier kostet halt auch richtig wenig ne ähm das körper oder das geistes geistes ne ist doch hier geistes ja wo ich meine dass wir den hier schon mal gefunden hatten aha ne dann könnte der ja noch in statt teleport in forest könnte er noch sein glaube ich oder kann ja auch doch doch hier kann da sein so kurz mal fliegen aktivieren äh ne hier kann er nicht sein vielleicht mal den anderen zauber telepathie oder wie der da heißt ne telekinese ne Swiss- explode steinhaut ach nee brauchen wir nicht mehr schade ist das er hier auch nicht ist könnten nochmal zum ausbilder gehen hier so ist der hier kann der uns auf was beibringen nee dann bringen wir uns mal woanders hin ja aber wo ist denn noch ein seelen magie laden dass wir das lernen könnten eine geist ist da war kein da ist nun licht mehr ist kein geist und luft ja wir könnten hier mal zum ausbilder gehen die beste ausbildung des hervorragend 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 ihr braucht 63 mehr erfahrung hier will ich auf jeden fall auf meister haben muss ich tatsächlich mal schauen wo wir den haben geistesmeister meister durch starb durch axt axt sperr sperr bogen streitkolben leder rüstung platten rüstung feuer magie luft man die luft man die wasser magie erd magie immer die seelen magie groß körper kenkurs meister konditionen sechster sinnen kampfkunst nicht körper meister geistesmeister haben wir nicht dann schauen wir das kurz mal hier nach da geist meister ist in ellie gut vielleicht kommen wir wieder mit dem schiff hin parkada wüste alles gut und hier vielleicht mit dem stall hier guten tag ja wo sind wir denn jetzt wir sind jetzt 27 oktober gut dann ist jetzt die zeit dafür dass wir die nutzen du kriegst eine du kriegst eine und du kriegst noch eine irgendein ding an daher wir wollen nicht geguckt acht fähigkeitspunkte dafür aber da müssen sie durch keine angst wir schaffen das und meister unsere beide kurz davor da auch noch groß meister zu werden jetzt müssen wir trotzdem immer noch wir waren gerade in a scheiße autosave von hier aus ging gleich gleich haben wir hier ab wir müssen nur vor einmal sie können wir jetzt schlecht ausbilden hier muss irgendwie geistesmeister sein oder dass hier doch geistesmeister sein ja dann müsste hier irgendwo sein den geist könnte man natürlich auch vorstellen dass er hinten auf der insel ist kann auch seincomings der meister den können wir ja schon… erwarten dass wir hier vorhin Erst Speerexperte, Sechse-Sinn-Experte, auch nicht, Axt-Experte, Leder-Experte, Luftmagie-Meister, ne, sogar. Können wir hier auch nochmal kurz gucken, des Körpers und des Geistes, ja. Ja, Ehrsinn wollen wir ja immer noch haben, ne, aber da. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal schauen, wo wir den Meisterfling des Geistes finden. Ausbildung, ne, wir müssen auf die Insel hier, hier ist ja nochmal definitiv. Äh, Kette, da, 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 ah, Monsterkern, ne. Habe ich mich vielleicht verguckt? Bin ich in der Zeile verrutscht oder so? Hä? Aber stand da doch, oder nicht? Geist, Meister, ja. Warum kann das, geht das jetzt nicht? Warum finde ich den nicht? Abends, Meister, Luftmagie, Wassermagie. Meister, Geister, Magie, ab 4, da ist doch ein Schreibfehler, oder nicht? Da ist doch ein Schreibfehler. Warum habe ich den Kaden nicht gefunden? Da bin ich doch reingeschlunzt, oder nicht? Äh, damit müsstest du ja auch das Buch dann lernen können. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt Irrsinn von unserem Krieger wegmachen könntest, ne? Doch. Unsere restlichen Zustände sind top. Also, waren dahinter nie andere versteckt. Auch nicht schlecht. Äh, die wollten wir noch mal machen. Bab, bab, bab. Aber wenn wir jetzt noch Hufeisen hätten, würde ich dem ja geben, ne? Das lassen wir dann jetzt so. So ist das perfekt. Meditationsgroßmeister kann sie nicht werden. Hätte ich gedacht tatsächlich. Ähm. Ist doch dreifacht, aber wir können trotzdem hier nochmal ein bisschen hoch machen. Kann auch keine Großmeister werden. Hätte ich aber auch gedacht. Warum haben wir ihn noch nicht Bogen? Ach, da kann Bogen, kann er ja gar nicht. Bogen geht ja nicht mehr. Ähm. Das Kettengroßmeister ist ja auch alles schon. Speer kann sie auch nicht weiter als Meister. Waffensteine. Meister, mit dem Bogen können zwei Pfeiler schießen. Gehen wir da immer auf jeden Fall hoch. Warum haben wir noch nicht... Äh, Magie, Großmeister, weil das nicht geht. Hier könnten wir natürlich noch ein bisschen in Feuer gehen oder Wasser. Gehen wir hier ein Wasser oder in Feuer. Feuer. Danach geben wir wieder ein Wasser und dann wieder ein Feuer. So machen wir das. Jetzt müssen wir wieder nach zu dem einen Ort dort zurück statt Portal nach Night on. Einmal fliegen, bitte rein machen. Das war ja der. Das war ja der. also, das war ja der. Klar. Lass kommen die auf, plötzlich kommen dieiert니sten. Dann können wir mal. Ich rufe. Ich rufe. Dann können Sie die Uhr. Und Dave kommen jetzt mal von mir. Ich rufe. Hollaains nach. Da bin ich mal. Master. Ich rufe. Das war ja der, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020